Moin Moin und herzlich willkommen zu meinem Videobuh Nummer 6. In diesem Videobuh wollte ich mich bei allen bedanken, und zwar denjenigen, die mir zu meinem Geburtstag gratuliert haben. Ich weiß gar nicht, wie viele es auf Twitter waren, einige auf Audiobuh und natürlich auch auf YouTube. Und ganz besonders bedanke ich mich bei denjenigen, die sich beteiligt haben an dem Video zu Ehren meines Geburtstages. Und inszeniert wurde das Ganze von der lieben Jay. Und ja, ganz besonders möchte ich da natürlich den Kommentorio herausheben, weil er mir mal wieder ein Geburtstagsständchen gebracht hat. Vielen, vielen lieben Dank dafür, Joffrey. Und Tim und Jens von den Tech-Profis, die sogar auf die Straße gegangen sind und Leute belästigt haben, fand ich sehr amüsant. Und vor allem auch das Street-Artwork, wie auch immer man das bezeichnen möchte, mit dem Happy Birthday in menschlichen Buchstaben. Jo, das war es dann eigentlich schon wieder. Im Grunde und Ganzen, äh im Großen und Ganzen heißt das natürlich. Ja, mal gucken, ob mir noch was einfällt. Jo, als erstes fällt mir dazu ein, dass ich hier und heute in meiner Mittagspause sagen kann, Hey, so gutes Wetter hatte ich schon lange nicht mehr zu meinem Geburtstag. Ja, 12. Oktober mit wunderherrlichem Wetter. Ne, hier. Schön. Blauer Himmel, kein Wölkchen, viel Sonne, wie ihr an meinem Gesicht erkennen könnt. Ha, herrlich, herrlich, herrlich. Aber das einzig Blöde ist natürlich, dass ich heute arbeiten muss. Na ja, was soll's. Da hinten fällt mir wieder ein Zug vorbei. Und es ist doch immer wieder angestrengend, die Kamera mit zwei Händen zu halten, also das iPhone. Deswegen wackelt das auch immer ab und zu. Ich glaube, ich brauche mal ein mobiles Stativ. Ich bin aber nicht faul. So sieht's aus. Ja, wer also eine Videoantwort oder Ähnliches gemacht hat, kann das hier als Videoantwort posten. Würde mich sehr über rege Beteiligungen freuen. Also, falls ihr noch keins gemacht habt und man es machen wollt, haut rein. Würde mich echt freuen darüber. Und was gibt's noch? Jo, nicht viel. Denn hier möchte ich nicht viel über Tech erzählen. Und von daher fasse ich mich, oder versuche ich mich natürlich immer hier kurz zu fassen. Ja, jetzt bin ich 35. Fühle mich aber irgendwie nicht anders. Das ist eine große Enttäuschung. Gut. Den linken Arm mal entlasten, nur mit der rechten halten. Ja, gefeiert wird eigentlich gar nicht großartig heute. Ist ja logisch, unter der Woche muss ich ja morgen auch wieder arbeiten und den Rest der Woche auch. Von daher wird das ganz gechillt mit Kaffee und Kuchen, würde ich sagen. Und ja, am Samstag schauen wir mal, wer so Lust und Zeit hat, von meinen Freunden vorbeizukommen. Ah, in der Sonne ist es doch noch knackig warm, so auf der Hose und so. Ja, schwarze Klamotten. Und hier, ne, Ränderwahnsinn, immer noch eine Empfehlung. Die machen echt geile Mucke. Und ansonsten, ja, habe ich natürlich noch viel zu tun auf meinem Hauptkanal. Und, ne, hier fliegender Armwechsel. Ich hoffe, der Zug ist nicht allzu laut, aber was soll's. Das Video oder Gastvideo, Gastbeitrag ist ja sehr gut angekommen, freut mich. Ein zweites ist noch in der Pipeline. Meine Absicht ist nämlich, einmal pro Woche maximal ein Gastvideo hochzuladen. Ja, das hat natürlich zwei, äh, ja, wie soll ich sagen, Vorteile. Einen Vorteil für mich, ich muss ein Video weniger machen. Nee. Wie gesagt, ich bin faul. Und auf der anderen Seite bringt das natürlich für denjenigen, der das Video macht, sehr wahrscheinlich, äh, einige neue Abos und, äh, einiges an Bekanntheit oder so. So, deswegen würde ich mich freuen, wenn, äh, ihr da fleißig zu seht. Und, äh, natürlich bei meinen Videos auch, ist klar. Immer schön kommentieren und Daumen hoch. Das gilt natürlich auch für alle Videobus hier. Daumen hoch und kommentieren. Ich liebe Kommentare. Ah! Also jetzt ist echt richtig warm. Ne, muss man schon, äh, sagen. Ähm, ja. So eine Mittagspause ist allerdings auch irgendwie viel zu kurz. Oder viel zu lang. Ich könnte auch durcharbeiten, äh, wenn es nach mir ging und eine halbe Stunde eher geht. Das wäre schön. Aber, naja. Was soll's. Ähm, gut, setzen wir uns mal wieder. Wuppa! Juh! Action-Video! Nieu! Nieu! Leck mich am Arsch, die Sonne blendet. Ähm. Ja, falls noch jemand irgendwelche Ideen hat, worüber ich mal sprechen könnte, sprechen sollte, was ihr mal wissen möchtet, dann, äh, lasst auch diesbezüglich mir einen Kommentar da und dann sehen wir mal, äh, wo das hinführt. Denn, ja, fleißig am Abonnieren seid ihr ja schon, ähm, auch wenn ich noch gar keine Werbung auf meinem Hauptkanal gemacht hab, das finde ich umso erstaunlicher. Vielen Dank also auch hier fürs Einschalten und Abonnieren. Ja, ähm, mehr fällt mir grad spontan nicht ein. Und bevor ich euch hier unnötig langweile, äh, das mach ich ja dann, äh, mal wieder in einem normalen Audioboo. Da kann ich ja schön 30 Minuten am Stück quatschen und, äh, euch dummes Zeug erzählen. Also, wer noch nicht auf Audioboo, äh, hinter mir herläuft, äh, kann das natürlich gerne tun, äh, ist ganz einfach, audioboo.fm slash, äh, Sting oder so. Ja. So, das wär's dann für den Moment. Also, zum Abschluss nochmal ein ganz herzliches vielen, 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 vielen Dank an alle, die mir grad trompiert haben. Und, äh, wer noch was zum Posten hat, hier unter dem Video könnt ihr's posten. Diese Videos auf diesem, äh, Vlog-Kanal sind, wie mir aufgefallen sind, übrigens HTML5. Im Gegensatz zu meinen HD-Videos auf dem Hauptkanal. Das find ich faszinierend. Also, wer da, äh, eine Idee hat, warum das so ist, lasst es mich wissen. Gut, langer Räder, kurzer Sinn, äh, wir sehen uns bis dahin und bis neulich. Tschüssi, Kowski.